Nicht lange ist bisher, dass Mini den Countryman vorgestellt hat. Nun bekommen die restlichen drei Modelle der Stil-Ikone einen neuen Look. Das Design wurde im Detail modifiziert. Aber auch eine neue Auswahl an Dieselantrieben und innovativen Neuerungen im Ausstattungsprogramm wird den Kunden die Auswahl ihres perfekten Flitzers in Zukunft noch schwieriger machen. Die Neuerungen für den Mini sollen sowohl den einzigartigen Premium-Charakter der Marke als auch die führende Position hinsichtlich Fahrspaß und Effizienz weiter untermauern. Im Zuge des Facelifts erstrahlt die Mini-Familie nun auch in neuen Farben. Darüber hinaus sorgen die Designlinien Rallye, Classic und Scene auf Wunsch für farbliche Kontraste. Hierbei stehen unterschiedliche Kombinationen aus Karosseriefarbe, Dachlackierung, Felgendesign und Polstern zur Wahl. Die Designer modifizierten die Optik der Mini-Modelle mit neu gestalteten Stoßfängern, welche gleichzeitig einen erhöhten Fußgängerschutz garantieren sollen. Gegen Aufpreis sorgen schwarze Scheinwerferreflektoren für einen individuellen Auftritt. Die seitlichen Blinker wurden aufgefrischt. Am Heck des Mini wanderten die Rückfahr- und Nebelschlussleuchten in den unteren Bereich des Stoßfängers. Die Rücklichter strahlen nun mit LED-Technik. Der Innenraum des neuen Mini zeichnet sich durch die neu gestaltete Mittelkonsole, überarbeitete Bedienelemente und Sitzpolster sowie durch die aufpreispflichtige Ambientebeleuchtung aus. Mit dem optionalen System Mini Connected können Besitzer eines iPhones die Telefon-, Entertainment- und Online-Funktionen des Smartphones über den Bordmonitor oder die Lenkradtasten steuern. Die neuen 1,6 Liter Vierzylinder-Diesel aus dem Hause BMW schicken im Mini One D 90 PS an die Vorderräder. Die neuen Motoren verfügen serienmäßig über Diesel-Partikelfilter und über ein manuelles Sechsganggetriebe. Das Mini Cooper Cabrio bekommt mit dem Facelift auch erstmals Dieselmotoren. Bisher gab es den Schicken oben ohne Flitzer nur als Benziner. Mit dem neuen Antrieb verbraucht das Cabrio nur noch 4 Liter auf 100 Kilometer. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 104 Gramm pro Kilometer. In 9,7 Sekunden geht's aus dem Stand auf 100 Kilometer pro Stunde. Bei 197 kmh ist dann die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Natürlich darf sich auch der Clubman an den neuen Common Rail Dieseln erfreuen. Sie sollen sich im Vergleich zum Vorgänger auch durch verbessertes Ansprechverhalten auszeichnen. Zur Verbrauchsreduzierung setzt Mini hierbei auf die sogenannte Minimalism-Technologie. Diese umfasst neben Bremsenergie-Rückgewinnung und einer Start-Stopp-Funktion auch eine elektromechanische Servolenkung sowie ein spezielles System zur Wärmespeicherung. Im Mini-Clubman kommt zudem eine neue Gepäckraumabdeckung zum Einsatz. Nachdem die Benzinmotoren der Mini-Familie bereits Anfang 2010 eine Überarbeitung erfahren haben, gibt es die Familie nun also endlich mit Dieselaggregaten in allen Modellen. Zudem macht das neue Design den kleinen Flitzer nun noch stylischer. Ab 18. September stehen Mini, Mini-Clubman und Mini-Cabrio in den Schauräumen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Come on! alı Pull Today